Es ist Hülderhaut, wir sind jetzt, lass mich nicht lügen, vier, fünf Jahre sind wir zusammen und ich hätte halt jetzt gedacht, rein steuerlich wäre es halt super, wenn wir halt auch ein bisschen heiraten würden, wir müssen heiraten, schmeißen können und mit deinen Leuten, mit deinen Eltern, habe ich schon gesprochen, die sind dagegen, aber ich würde sagen, das musst du wissen. Wenn du Nein sagst, bin ich halt Sau. Mach's gut. War das schön?